Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch fette Unterhaltung von Ali Boumaier in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Deluxe Edition Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Deluxe Edition, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fette Unterhaltung von Ali Boumaier, das ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier keine Box, sondern in diesem Fall eine Deluxe Edition in Form eines Buchs mehr oder weniger. Ali Boumaier fette Unterhaltung lesen wir hier oben. Es ist das Debüt Album von Ali gewesen. Auf dem Cover haben wir im Comic Stil von Adobe Kid hier den Interpreten sitzend. Also Ali hier mit roter Cap und rotem Hoodie. Links von ihm sitzt der damalige Labelboss Bushido und rechts von ihm Labelpartner Shindi. Darunter haben wir jede Menge Popcorn, Thai Chicken, Nachos etc. Und die beiden Herren links und rechts sehen echt nicht allzu amüsiert aus, weil Ali ihnen hier sehr wenig Platz lässt in den Kinosesseln. Und ja, da wäre ich auch etwas unentspannt. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Bushido, Shindi, Echo Fresh, nochmals Shindi und nochmals Bushido. Und dann haben wir hier noch eine DVD mit dabei. Hier gibt es noch die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier einmal einen Flyer zur CCM3 Tour 2015 und zu Bushido Merch. Dann kommen wir zum Booklet. Also hier das Cover im Hochformat nochmal. Und dann haben wir hier Ali bei seiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich Essen. Das sieht nach einem Döner-Kebab aus. Fette Unterhaltung. Ali Boumaier. Das Ganze in so einem Türkis-Ton. Hier auch nochmal Ali. Und dann haben wir hier die Tracks. Also wir haben hier die einzelnen Tracks aufgelistet mit den Infos, wer das Ganze produziert hat, gemixt, gemastert, aufgenommen. Das alles kann man hier entnehmen. So sieht das aus. Ja, es geht hier wohl hauptsächlich um Essen. Weitere Tracks. Und das ganze Booklet ist in diesem Comic-Seal gehalten. Also es sind hier keine Fotos, sondern es ist hier alles gezeichnet. Jawohl. So, und dann haben wir hier die letzten Tracks. Und noch einen Chicken Bucket Benzin. Also die Szene kennen wir ja aus Stress ohne Grund. So, Credit zum Album. Jawohl. Gut, das war das Booklet. Und dann haben wir hier noch eine CD. Und zwar ist das die Album-CD. In so einem dunkelblauen Ton gehalten. So sieht das aus. Und dann rechts noch die DVD. Hier haben wir einen FSK-12-Hinweis. Also die DVD ab zwölf Jahren. Was mich, um ehrlich zu sein, etwas nervt an dem Ganzen, ist, dass wenn wir uns das Ganze nochmal von vorne anschauen, habe ich vorhin gar nicht extra erwähnt, dass wir hier auch noch einen FSK-12-Hinweis haben. Und das aber nicht mit Sticker gelöst wurde, sondern dieser aufgedruckt wurde. Das ist doch eine kleine Beeinträchtigung hier am Cover. Hätte ich mir mit Sticker gewünscht. Ja, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Deluxe Edition befindet. Einmal die Album-CD. Dann dieser Flyer hier. Ja, ist nicht viel Inhalt. Dann Booklet. Und natürlich die DVD. Also 16 Tracks hier plus DVD. Das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition von Fette Unterhaltung von Ali Boumaier. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album beziehungsweise dieser Edition. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ali Boumaier unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.